Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind anscheinend nicht mehr in unserem kleinen, äh, blub, hier, ne, Kasten. Also, ich hab jetzt ja nochmal geladen und, ja, jetzt sind wir hier so. Blub. Äh, wie ich einfach schritte, oder, ne? Oh, guck mal. Kennt ihr den nicht? Nee. Den kennt, oh fuck, hier kann man ja gar nicht lang. Kommt der jetzt? Kommt der diesmal wirklich? Kommt der diesmal wirklich? Ah, damn it. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Overlay ist, ob man das jetzt sieht von, also, ihr das jetzt seht, tut und tut. Rechts oben so. Es ist nämlich so eine lustige Shadowplay-Anzeige. Oder ob das nur ich, äh, sehe, weil ich hab halt Shadowplayern gemacht, weil, ja. Ich will kurze Aufnahmen, wenn jetzt gerade etwas richtig episch war, aber das ist halt schon noch geil gemacht. Please go away. Ist er schon weg? Kommt der jetzt hier hin, oder kommt der jetzt nicht hier hin? Mann. Weil die Ketten klingen halt so, als würden sie mir herkommen. Ah, ich kann noch kurz was erzählen, ja. Gestern hatte ich natürlich immer wieder keine Zeit, so wie. Ja, ist immer recht stressig momentan. Kommt der jetzt. Oh, Ryder. Where are you? Oh, guck mal, hier kann ich durch. Da kommst du nicht überlaufen. Weil du ein Spast-Dee bist. Sprinkler- 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 Sprinkler-Wolf. Äh. Lul? Oh, hush it, my. You'll have your turn. There you go. I'm gonna bring your belly. Clean your arms. What the fuck? Oh, I'm gonna bring your belly. Every little crevice until we find them. What the fuck? The YouTube is schon now kaputt, no? Sprinkler- 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 Ja, ähm... Hier ist natürlich noch diese Ritze, diese Safe-Ritze. Safe. Nein, er ist hinter mir. Verdammte Scheiße, verdammt Darkst. Da ist er doch. Seh dich doch, du Wansun. Doch, Han. Han. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Boop. 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 Ich bin gross. Und steh diebt hier, Babi. Bim. Bim. Demit, 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 demit. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Komm schon, ich will die zweite Wolf noch öffnen. Oder gibt's nur eine? Rhaida. Geh weg! Drop the bass, drop the camera. Die geht jetzt vor der Tür. Ich höre jetzt eine Kette, ne? Okay, warte mal. Hier im Werken. Hinten waren, äh, Dings. Hier wären auch Schränke, aber... Bup! Grun. Bup! Bup! Schwette, der kommt. Schwette. Schwette! Ja, guck. Ja, guck. Wieso kommt der jetzt hier hin? Ey. Ey. Ich bin nicht hier. Die Sprengklang gemacht. Nicht. Ja, okay. Ich bin nicht da. Warum sind Sie da? You piece of shit Ich bin Reiter, ich bin dumm, Mami Halte ich wieder an und guck rum Nein, in die andere Richtung, Arschkopf Ja, fuck's sake Komm heute wieder nicht zum Anmachen, ja Morgen seht ihr, wie ich die scheiße an Morgen kommt die Folge leider ja später Weil ich noch Schule bis relativ lange habe Also bis gleich Oder, also, ja Für euch bis gleich, für mich bis morgen Tschüss